Hallöchen, heute geht es mit dem Volkswagen Polo GTI in den Schmutz. So, wo sind sie denn? Ich glaube, das wird nicht passen, ich erstelle mal ein Benutzer-Renten. Wenn ich wüsste, wie lange soll, kann man die Rundenzahl selber einstellen oder was? Zeitlimit zur Rundenzahl. Fischermans French Mauer 2. 1, 2, 3, 2, 1. 5 amount of money. 1 amount of money. 2 amount of money. Where are you from? In der Fahrzeugkategorie, da packt ihr immer Autos aus wie so ein Wander. Zufällig Markenrennen, ich bleibe auch zufällig. Okay. Okay. Ich glaube, zwei Runden sind nicht mehr zu viel. Okay. 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 Ich weiß nicht, wie wir gehen können. Das war unheimlich. Schlafe, Schlafe, Schlafe. Aber bestimmt, weil ich bei der Flasche wieder rot habe. Das war schon zweimal gelbe Flagge in einem Rennen. Ich habe einen Rücken hier gesehen. Oh, das sieht geil aus. Oh, das sieht geil aus. Oh, das sieht geil aus. Oh, das spiel kann er. Oh, das sieht geil aus. 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 Ich möchte mich dann gleich auf jeden Fall nochmal mit einem zweiten Rennen. Tschüss. Just starten. Oh, das sieht geil aus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, aus Garage, dann machen wir mal zufällig. So. Warte mal, warte mal. Wir waren aber ein bisschen arg. So, erwarte nicht zu viel, ich sehe in dem wir nichts. So. Kann man auch sehen, vom Fahrzeug liegt das halt hier nicht hin. So. Unternehmens hier ist die Straße 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 Dann schauen wir mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020